Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir ein wenig über die Ultimate Fighter, die UFC eigene Serie mit den wahrscheinlichsten beiden Coaches Kamaru Usman und Jorge Masvidal. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch einen Kommentar bei YouTube. Die Ultimate Fighter ist eine UFC Serie. Einige von euch werden sie kennen. Ich erkläre kurz worum es geht. Man hat quasi zwei Teams bestehend aus Coaches und diese Teams werden immer von Kämpfern gecoacht. Bedeutet Beispiel eben Kamaru Usman leitet ein Team und Jorge Masvidal leitet ein Team. Dann kämpfen diese Teams gegeneinander und im großen Finale kämpfen die Coaches gegeneinander. In dem Fall eben Usman versus Masvidal. So ist zumindest der Plan. Das hatten wir in der Vergangenheit schon mit einem Robert Whitaker versus Calvin Gaslum. Die beiden waren Coaches. Da ist Calvin Gaslum aber sehr, sehr kurzfristig ausgefallen in diesem Fight. Nein, Whitaker ist ausgefallen. Whitaker ist sehr kurzfristig ausgefallen in diesem Fight. Dann hatten wir zum Beispiel auch Stipe und Cormier. Die Coaches waren, das war auch die letzte Staffel von Ultimate Fighter, die wir bisher gesehen haben. Beim ersten Kampf zwischen Stipe, Mirotic und Daniel Cormier. Und durch diese Serie haben wir schon einige spätere Champions gesehen. Gewinner waren zum Beispiel Tony Ferguson, Kamaru Usman selbst, Robert Whitaker, Kevin Gaslum, TJ Dillashow wurde Platz 2 zum Beispiel. Das heißt, viele, viele großartige Kämpfer kamen vor allem erst durch Ultimate Fighter in die UFC. Wie gesagt, Usman, Whitaker und so weiter. Ganz, ganz viele. Jetzt will man sich sagen, okay, wir lassen Usman und Mars Vidal coachen. Und ich persönlich halte das gar nicht für so cool. Einfach aus dem Grund, dass der eigentliche Plan war, dass man Covington und Mars Vidal eine ganze Staffel drehen lässt. Dann aber Usman natürlich auf dem Silbertablett diesen Fight serviert hat. Und natürlich ist das jetzt eine ziemlich spannende Geschichte. Denn vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass zuerst eine komplette Serie abgedreht wird und dann gegeneinander gekämpft wird, können wir davon ausgehen, dass die UFC natürlich dann mit noch mehr Zuschauern plant. Wir wissen, klar, die UFC hatte im Januar bereits Zuschauer, damals in Abu Dhabi, in den USA selbst aber noch nicht. Das wird aber auch noch kommen. Das ist auch nur eine Frage der Zeit. Und die UFC will natürlich einen so großen Fight möglichst lange herauszögern, um dann eben diese Zuschauer in der Halle haben zu können. Ich bin relativ zuversichtlich, dass das die neue Staffel Ultimate Fighter sein wird. Denn das Problem ist, die UFC hat schon längst diese neue Staffel angekündigt, hat aber immer noch nicht die neuen Coaches. Die UFC hat schon lange Promo gemacht. Ultimate Fighter kehrt zurück, das erste Mal nach drei Jahren und so weiter. Aber die UFC selbst weiß noch gar nicht mit wem. Nun sagt Usman selbst, er will TÜV coachen. Mars Vidal selbst sagt, er wäre dabei. Und dementsprechend werden wir dann heuer Mars Vidal vs. Kamaru Usman im großen Finale sehen bei einem UFC-Pay-Per-View. Finde ich persönlich nicht gut. Ich bin großer Fan von Usman und Covington oder Covington vs. Mars Vidal. Aber dass man Covington außen vor lässt, obwohl er eben nicht nur bis zur fünften Runde mit Usman ging und es stand 2-2 in dieser fünften Runde, sondern auch gegen Tyron Woodley gewonnen hat. Deshalb finde ich es schade, dass man Covington außen vor lässt, obwohl er sich diesen Titelfight verdient hat. Mars Vidal hatte eben erst seinen Titelfight. Das war der letzte Kampf von Mars Vidal. Mars Vidal hat ihn verloren. Covington hatte auch seinen Titelkampf verloren, auf eine viel, viel knappere Art und Weise als Mars Vidal. Hat danach noch einen Fight gemacht gegen Tyron Woodley und bekommt ihn immer noch nicht. Mars Vidal bekommt quasi direkt sein Rematch. Finde ich eigenartig, aber was denkt ihr? Würdet ihr lieber eine Serie mit Usman und Mars Vidal sehen wollen oder Usman und Covington oder Covington und Mars Vidal? Schreibt es mir unten rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.